Meine liebe Olga, wie versprochen berichte ich dir wieder von meiner Reise durch die deutsche Provinz. Die Vielfalt dieses Landes kann ich nur erfahren, wenn ich ins Unbekannte aufbreche und Berlin mal hinter mir lasse. Einfach mal Regionen besuchen, wo sich Künstler abseits der Metropolien ihren Eigensinn bewahren und mit Kultur Heimat schaffen. Heute, liebe Olga, schreibe ich dir aus Thüringen. Endlich stehe ich im Mittelpunkt, zumindest geografisch gesehen. Ich bin in Thüringen angekommen und zentraler als Thüringen geht es in Deutschland nicht. Obwohl auch kulturell war Thüringen immer wieder Zentrum, nicht nur Deutschlands, nein, sogar der ganzen Welt. Thüringen ist ein Land mit wahrhaft großer Geschichte. Aufbruch in die Moderne. Ab den 20er Jahren hat Walter Gropius mit der Bauhausbewegung von Weimar aus Architektur, Kunst und Design revolutioniert. Schon viel früher war Weimar bereits kultureller Motor. Goethe und Schiller schrieben hier Literaturgeschichte. Der Reformator Martin Luther hat hier überall seine Spuren hinterlassen. In der Landeshauptstadt Erfurt hat er studiert und das erste Mal gepredigt, bevor es ihn nach Eisenach verschlug. Du siehst, lieber Olga, Thüringen hat bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht. Eine weitere ist einer der berühmtesten Komponisten überhaupt, Johann Sebastian Bach, ebenfalls ein Kind Eisenachs. Aber was ist heute los in Thüringen? Was bewegt die Künstler und was bewegen sie? Ich begebe mich auf eine Reise in längst vergangene Zeiten. In Jena treffe ich die mittelalter Rockband In Extremo. Sie haben schon einiges erlebt. Touren in alle Welt, Nummer 1 Alben und zum 20-jährigen Bandjubiläum gab es sogar ein eigenes Festival. Musik machen sie mit ihren mittelalterlichen Instrumenten. Hier in Jena geben sie das erste Konzert ihrer Tour zum neuen Album. In einer Probenpause treffe ich Frontmann Michael und Harfenist Dr. Piemonte. Wladimir, eine Überraschung. Ihr habt also quasi zu diesen mittelalterlichen Instrumenten den Strom dazu gebracht. Richtig. Kann man so sagen. Also die historischen Instrumente, gerade so Sackpfeifen, Schalmein mit den Trommeln. Das wirkt ja recht martialisch auch, so recht wuchtig und kraftvoll. Und das war nachher auch Michas Idee. Verdammte Scheiße, da gehört einfach Rockmusik drunter. Dass man der ganzen Sache quasi noch mehr Schub geben kann. Und das ist eigentlich der Urgedanke von In Extremo gewesen. So ist diese Band geboren. Wir kommen ja eigentlich aus der DDR, aus der damaligen. Und Thüringen war so gesehen schon kulturell sowas wie eine Brut- und Geburtsstätte. Wir haben halt viel Bluesbands gespielt. Also Thüringen hatte so die Tradition. Da gab es viele Kneipen, die einen Saal, einen Tanzsaal hinten dran hatten. Die haben sich halt irgendwelche Bands eingeladen, die einfach Bock auf Musik hatten. Ich sag mal so, den Kernerfolg, den hatten wir damals eigentlich so zu den Beginnzeiten von In Extremo, der hat wirklich in Thüringen stattgefunden. Kann das sein, dass es in der DDR auch leichter war, mit solcher Musik an das Publikum zu kommen? Es gab natürlich auch zwei Lager. Es gab so die Punk-Blues-Szene, so Typen wie wir, die nie akzeptiert wurden. Und da gab es auch noch diese Szene, ich kann auch ruhig mal Namen nennen, Pudis, Karat, City und so. Und das hat uns damals, auf Deutsch gesagt, zu damaligen Zeit einen Scheißdreck interessiert, weil das waren Typen so, die sind man aus dem Weg gegangen. Das waren so, naja, die konnten im Westen spielen, da war auch ein bisschen Neid dagegen. Aber das war alles so, die haben so vor Leuten gespielt mit FDJ-Hemden, das waren für uns, sag ich mal, nicht erwünschte Musiker. Die waren so richtige Piraten, Störtebäckerleute, die praktisch so, die räudig gespielt haben irgendwie so, weißt du, so das wahre Leben auf der Straße. Heute denke ich ein bisschen anders darüber, aber so muss ich mir das vorstellen. Da gab es Kneipen, da haben sich die ganzen Musiker getroffen, das waren phänomenale Partys. Und wenn da, sag ich mal, einer aus diesem Lager reinkommt, so einer von City oder Pudis, wurde nur so gemacht, raus. Weißt du, so bin ich groß geworden. Die beiden zeigen mir ihre ständigen Begleiter, Sackpfeifen und Lederkostüme. Micha ist mit seinen Jungs in der ganzen Welt unterwegs. Mexiko, Argentinien, Chile, USA, China und sogar Russland. Wie reagieren die Russen auf deutsche Musik? Das ist sensationell. Wir haben dort einen richtig großen Fankast, wir spielen dort wirklich so mittlerweile so in 2.000, 3.000 Hallen. Wenn wir schon mal in Russland sind, wir haben ein russisches Lied gemacht, auf der neuen Platte. Johnny Boron, das kennt jeder, Russland. Schwarze Rabe. Echter Mittelalter-Metal. Man kommt sofort ins Schwitzen. Das nehme ich, das passt, das passt für die russische Disco. Ich freue mich schon darauf, die Jungs live zu sehen. Aber vorher schaue ich mich noch ein bisschen in Thüringen um. Liebe Olga, du kennst meine Begeisterung für Burgen und Schlösser. Wie passend. Meine nächste Station ist die geschichtsträchtige Wartburg bei Eisenach. Und da ist er schon, mein nächster Gastgeber, Volker Hedwig. Der Ureisenacher ist Maler und Grafiker, ein wahrer Teufelskerl. Statt den Teufel zu verjagen wie einst Luther, schwingt Volker den Grafitstift und macht Lucifer zum Protagonisten seiner Kunst. Das ist ganz scharf links. Ganz scharf, ganz, 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 ganz scharf links. Ja, gut kam. Es war knapp. Aber wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind da, guck. Und der Nebel, heute ist toll. Heute ist es toll. Heute ist es wirklich wie Märschenschloss. Schau mal. Volker zeigt mir am Burgtor, wie seine Zeichnungen entstehen und wo er den Teufel entdeckt hat. Man nennt diesen Vorgang Frottage. So wird das Burgtor zur Grundlage seiner Zeichnungen. Bei uns in der Schule, Olga, hätte man Abpausen dazu gesagt. Siehst du, jetzt mache ich diese Oberflächenstrukturen sichtbar. Es ist eigentlich ein Negativ. So hast du erst einmal eine Frottage. Und wenn du an eine Weile drauf schaust, dann siehst du, wenn du jetzt unbelastet bist, sagst, das sieht ja aus wie, das sieht so eben aus wie ein Auge, ein Auge, zwei Augen. Und schon schaut man dem Teufel direkt ins Gesicht. Ich würde gerne das an der Stelle probieren, wo Luther angeblich mit der Hand die Tür angefasst hatte. Gut, perfekt, perfekt. Dein Papier und deine Hände auf Luthers Finger abdrücken. Unglaublich. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Also für mich sieht es mir aus nach einer Sintflut. Nach einer überfluteten Erde. Jeder sieht was anderes. Du siehst die Sintflut, ich sehe den Teufel. Großartig. Ist nicht weit entfernt. Ja, eigentlich nicht. War es der Teufel, der Luther dazu gebracht hat, diese Bibel neu zu übersetzen? Er hat ihn zumindest angespornt. Oder immer mal einen Schubs gegeben. Und das ist gut, so einen Schubs zu kriegen. Also ich habe ein gutes Verhältnis zum Teufel. Und jetzt los zum Herzstück der Wartburg. Die Lutherstube. Dort hat Martin Luther die Bibel neu übersetzt. Und als der Teufel ihn mal wieder nervte, hat er ihm sein Tintenfass an den Kopf geschmissen. Riech mal. Mensch, das riecht nach der Geschichte. Es riecht nach. Nach der Geschichte des Landes. Und hier hat Luther also? Hier hat er gesessen. Das heißt, ein Büro. Das war sozusagen sein Büro, wo er geschrieben hat, Briefe und natürlich die Bibel übersetzt hat. Das war genau hier. Das ist sein Platz. Da hat er gesessen. Und willst du dich mal dransetzen? Darf man das? Ja. Wir dürfen. Alles. Und? Spürst du was? Ja, das ist hart. Das motiviert zum Arbeiten. Nur in dieser Sicherheit des Hierseins, des Abgeschiedenseins, des Gutversorgtseins kannst du sowas machen. Kontinuierlich etwas arbeiten. Ansonsten kommt immer. Das Leben stellt immer mal eine Richtungsänderung. Ich kann auch wegen dieser Fernseherarbeit überhaupt nicht schreiben. Vom Früh bis Spät sind wir... Es geht auch nicht immer. Ich habe auch Phasen, wo ich wirklich Wochen, Monate lang arbeite. Und dann gibt es Wochen, wo ich sitze und merke, es geht nicht. Du brauchst einen Anstoß. Hier am Marktplatz in Eisenach gibt es ein Café, das Volker mit seinen Zeichnungen verschönert hat. Keine Zeit für Kaffee und Kuchen. Es geht direkt ans Eingemachte. Und es bleibt irgendwie mystisch. Der Märchenbaum hier hätte bestimmt einige spannende Geschichten zu erzählen. Das hast du von der Tür gemacht? Nein. Das habe ich von der Tür gemacht. Pass auf. Ich stelle es mal hoch. Das ist von dem Tor, wo wir heute früh die Fotagen gemacht haben. Hier siehst du die Struktur. Das Holz habe ich also gelassen. Und da ist es überall noch zu sehen. Und ich habe nur das gezeichnet, was ich gesehen habe da drin. Das ist ein sehr schönes Bild. Diese Menschen, als würden sie aus der Tiefe der Geschichte durch die Tausende von Jahren schauen. Und da ist er, Lucifer höchstpersönlich. Ich glaube, Luther wollte die Menschen bessern. Und der Teufel wusste, das wird nicht funktionieren. Und deswegen hat er quasi die ganze Zeit dabei gelacht. Jetzt muss mir Volker noch verraten, woher er seine Inspiration holt. Was gibt dir diese Landschaft, also die Geschichte deiner Region? Ist sie wichtig für deine Kunst? Es ist wie eine romantische Inszenierung. Wir haben hier alles. Wir haben die alte Stadt. Also du fühlst dich wie eine Art Märchenfigur? Ja. Und alles, was um uns rum ist, erzählt Geschichten. Und ich sammle Geschichten. Und erzähle dann in meinen Zeichnungen die Geschichten wieder. Ich sehe mich eher als Geschichtenerzähler, also als Zeichner oder als Maler. Danke Volker, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Du musst zurückkommen. Mach's gut. Viel Erfolg. Alles klar. Tschüss. Ciao. Lieber Olga, in Eisenach hatte ich das Glück, einen Künstler kennenzulernen, der auch einen fabelhaften Stadtführer abgeben würde. Er ist voll mit Geschichten über seine Heimat. Früh in der Schule, erzählte mir Volker, wenn sie Heimatkunde hatten, war seine Stadt Eisenach auf den Landkarten rot gefärbt. Und wenige Kilometer von der Stadtgrenze, da wo Hessen begann, war die Welt grau übermalt. Im Sozialismus hochten die Eisenacher am Rande der Welt. Nach dem Fall der Mauer ist Thüringen plötzlich in Bewegung gekommen und ist vom Ende der Welt genau in die Mitte gerutscht. Und wer weiß, vielleicht wird Eisenach eines Tages auch zum Zentrum des neuen Europas werden, wenn noch mehr Grenzen verschwinden. Olga, wusstest du, dass die Thüringer auch ganz alltägliche deutsche Kulturgüter zu verantworten haben? Mit den Bayern streiten sie darüber, wie als erstes das Reinheitsgebot verkündete und auch die Schultüte und die Gartenzwerge gehen auf ihr Konto. Und wo wir schon bei Kulturgütern sind, ab nach Weimar. Vielleicht habe ich hier die Chance, ein paar original Thüringer Kloster zu verspeisen. Leider nein. Weimar ist ein kultureller Treffpunkt. Die Dichtergrößen Goethe und Schiller trafen sich hier. Ich kann sie ja leider nicht mehr treffen, bin aber verabredet mit dem Musiker Ellen Byrne. Er ist klesmer Virtuose, geboren in den USA. Die jüdische Volksmusik ist ein Spezialgebiet. Wir treffen uns an der Oma, die nichts mit Ellens Großmutter zu tun hat. Die Asa Music Academy ist Ellens Herzensprojekt. Hier ist euer Projekt zu Hause in Weimar. Ja, das ist die Oma, die Other Music Academy. Jetzt gerade ist das ein Ort, wo ganz viele Leute, die ein bisschen frei sein wollen, an einem Ort zusammenkommen. Hier haben wir zum Beispiel Geflüchtete, sitzen da und wir haben ein offenes Café immer am Sonntag. Also ganz viele Sachen los hier. Ich nenne das ein Empowerment Center. Und das soll einfach ein Ort sein, wo nicht nur über Inklusion gesprochen wird, sondern tatsächlich praktiziert wird. 1999 lud die Stadt Weimar Ellen zu einem Workshop ein. Daraus entstand die Oma und Ellen blieb Weimar treu. In der Academy beschnuppern sich verschiedenste Kulturen und tauschen sich aus. Olga, hier wird gelebt, worüber andere nur reden. Ellen stellt mir Friederike und Ahmad vor. Ahmad, seit wann bist du in Deutschland? Ich bin seit sechs Monaten in Deutschland. Und schon hast du so cool Deutsch gelernt. Das ist unglaublich. Ich lerne jeden Tag sieben Stunden zu Hause. Ich habe gesehen, du versuchst, Friederike Arabisch beizubringen. Ja, wir lernen zusammen, Deutsch und Arabisch. Super. In tandem, ne? Ja. Auf diese Weise kann man ja schnell einander verstehen, wenn beide Seiten lernen. Natürlich, das ist super. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Bedeutung dieses soziokulturellen Zentrums, die Menschen zusammenzubringen, damit sie einander ähnlich zu Gesicht bekommen. Oder nicht? Ja, doch, dass sie sich ergänzen, dass sie einander Sachen beibringen können, dass sie tatsächlich Erfahrungen austauschen können. Und du, Friederike, wie hast du dieses Haus gefunden? Ich wollte eigentlich schon vor zwei Jahren oder so Arabisch lernen. Und da gab es nur einen Kurs, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und dann dachte ich, ja, naja, es ist in beide Richtungen halt gut. Dann kann ich was beibringen, lerne was. Aber sechs Monate ist ein Rekord. Ja, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Mr. Klezma, wie Ellen hier genannt wird, hat den Yiddish-Sama gegründet und fest im Kulturleben Weimars etabliert. Was macht diese jüdische Kultur aus? Jiddisch ist die Sprache von Juden, die vor tausend Jahren ungefähr im Rheinlandgebiet gelebt haben. Das waren deutschsprachige Juden quasi, ne? Und Jiddisch war ursprünglich eine Art Judäo-Deutsch. Dann ab 1400, 1500, wegen Pogromen und anderen Geschichten, sind fast alle Juden aus diesem Gebiet nach Osten gegangen, sodass eigentlich Emigration und Auswandern ein total wichtiger Teil der jüdischen Erfahrung ist, Kultur, seit tausend Jahren. Und die haben diese Kultur mitgenommen? Die haben ihre Kultur mitgenommen nach Polen, später nach Rumänien. In die Ukraine. Nach in die Ukraine, auf jeden Fall in die Ukraine. Und dort, weil Yiddisch immer eingebettet ist in einer anderen Kultur von anderen Volken vor Ort, dann kommen ganz viele andere Sprachen und Kulturen und andere Elemente dazu. Das heisst, wenn man möchte, Yiddisch ist wie ein roter Faden, was gleichzeitig ein Sammelbecken ist und immer Einflüsse aufnimmt. Später tritt Ellen noch mit dem Semmer Ensemble auf. Dort ist er Kapellmeister und bearbeitet virtuos Piano und Akkordeon. Ich mache mich auf zum E-Werk. Ausnahmsweise bin ich mal viel zu früh dran. Aber es lohnt sich. Denn ich komme mit einem Konzertgast, einem Jazz-Experten aus Chemnitz ins Gespräch. Was ist das Besondere an dieser Musik, an dieser jüdischen Musik? Das kommt aus dem Jazz der 20er Jahre, aus dem Swing, aus New York, aus dem Schmelztiegel, aus Klesmer. Und das ist eine Musik, die sich nirgendwo einordnen lässt. Ich komme ja aus Sachsen und da ist ja Pegida und AfD stark. Und deshalb sage ich, dagegen muss man anstinken mit Klesmer und mit jüdischer Musik. Sehr gute Idee. Ja, ich bin voll dabei. Lieber L. Lörd, lieber Christian Holzhauer, liebe Freunde von Kunstfest und liebe Schammer. Das nächste Lied wurde von Kurt Brey und Fred Endicott verfasst. Es heißt, die Welt ist klein geworden. Es ist erstaunlich, dass ein Lied, was so unserer Zeit entspricht, schon 35 in den Kopf von einem Komponist war. Die Welt ist klein geworden, so wie sie klein geworden, ein schöner Ball, mit den du gerne spielst. Sie ist ganz klein geworden und allgemein geworden und wartet ab, wohin du damit siehst. Wirst du die Macht, die du dir schufst, zum guten Wende, wird sie dich blenden, mit ihrer Pracht. Die Welt ist klein geworden und es ist zeitgewonnen, dass du nicht drunter, sondern drüber stehst. In dieser Ballade aus den 30ern soll schon damals der negative Einfluss einer technologisierten Welt besungen worden sein. Wie passend also, dass meine nächste Station die Stadt Jena ist, eine absolute Hochburg der Erfindungen und Patentanmeldungen. Dass hier so viele hellen Köpfe leben, könnte ein Grund dafür sein, dass sich Jena den Titel Lichtstadt gegeben hat. Auch Goethe forderte mehr Licht in der Stunde seines Todes, so sagt man. Der Dichterfürst wäre wohl begeistert gewesen von Videokünstler Robert Seidel. In Südkorea hat er ganze Häuser in ein Lichtkleid gesteckt oder Skulpturen einer neuen Oberfläche verpasst. Ich treffe Robert im Philetischen Museum in Jena. Die Philetik beschäftigt sich mit der Stammesgeschichte und Evolutionstheorie, ein Naturkundemuseum sozusagen. Robert! Hallo, Vladimir. Grüß Gott. Willkommen im Philetischen Museum. Danke für die Einladung. Du machst Lichtinstallationen. Ich mache Lichtinstallationen. Hier in Jena. In Jena und überall. Du hast auch Biologie studiert. Ich habe ein paar Semester Biologie hier studiert in Jena. Und das hat dich mit diesem Museum zusammengebracht? Warum hast du ausgerechnet diese Räume als Projektionsfläche für deine Installationen genommen? Ich glaube, das Philetische Museum ist ein interessanter Ort, um Licht in Dunkelheit, in Lichtwissen zu bringen. Robert hat extra für mich eine Lichtinstallation vorbereitet. Es fehlt aber noch etwas Entscheidendes. Die Projektionsflächen. Und dafür graben wir jetzt Knochen im Keller des Museums aus? Hier haben wir irgendwie grosse Schädel, die eine grosse Fläche bieten. Soll ich? Du kannst es gerne versuchen. Die sind sehr schwer und auch empfindlich. Vielleicht... Doch nicht? Ja, nein. Also, wenn kriegst du den Ärger? So ein Schädel wiegt gefühlte 20 Kilo. Ich frage mich, was Robert damit vorhat. Das Ganze erschließt sich ja erst im Dunkeln, deswegen würde ich sagen, Licht aus, bitte. Licht aus! Am Computer erstellt Robert eine sogenannte Maskierung. Das ist das gestreifte Licht auf dem Knochen. Hier legt er fest, auf welche Flächen später die Projektion strahlen soll. Anstelle des gestreiften Lichts spielt Robert in die Projektionsfläche jetzt seine Animationen ein. Es entstehen abstrakte Formen und Farben. Räume verändern sich. Bekannte Objekte bekommen eine neue Identität. An der Decke sehen wir noch die Zeichnungen. Wir sehen unten die Knochen. Und der Film scheint jetzt darauf, die Oberflächen aufzulösen und Dinge wie diese farbige Struktur freizulegen. Und wir sehen, dass die Knochen, das Deckengemälde und wir letzten Endes auch Teil des Ganzen wären. Ich habe schon früher bemerkt, diese zauberhafte Wirkung des Lichts. Im Licht erstarren die Lebewesen sehr oft, während die Dinge anfangen sich zu bewegen. Genau. Im Prinzip sind das alles Zustände von bewegter Malerei und Skulptur, die sich dann mit etwas Statischem zu etwas Neuem verbinden können. Wir leben in einer Zeit, wo Technologie unser ganzes Leben bestimmt. Jeder hat sein Telefon und seine Kamera und alles. Es findet eine gewisse Entmenschlichung des Daseins statt. Aber trotzdem finde ich, es ist wichtig, mit Kunst und Technik zu zeigen, dass das Menschliche in diesen ganzen Objekten und in unseren Handlungen bestehen bleibt. Unglaublich, unglaubliche Sache. Also heute habe ich was gelernt. Lieber Olga, mir ist wirklich ein Licht aufgegangen. Und trotzdem ist Zeit für etwas frische Luft. Robert zeigt mir einen Aussichtspunkt über den Dächern Jenas. Er ist ein international gefragter Künstler. Er stellte schon in Los Angeles, Sao Paulo oder in Taiwan aus. Aber wie viel Heimat steckt noch in ihm? Hast du eine Beziehung zu Thüringer Wald? Ich habe nicht die großen amerikanischen Canyons erlebt oder die Tundra, sondern es ist diese ruhige, fast schon beschauliche Landschaft, leicht hügelig, leicht waldig. So ein sehr zart variiertes geografisches Gebilde. Also ein Stück vom Thüringer Wald ist in deiner Installation zu finden? Ein Stück vom Wald, ein Stück vom Himmel, ein Stück vom Sediment, das ist alles irgendwie darin. Also ich bin ja auch kein, ich arbeite mit Technologie, aber am Ende möchte ich diese nicht präsent wissen. Ich finde es halt interessant, eine Form zu schaffen, die man als zweite Natur vielleicht auch umschreiben könnte. Und das ist, glaube ich, hier in dieser Stadt, wo Wissenschaft und Natur und Kultur natürlich auch aufeinanderprallen, scheinbar ein ganz guter Ausgangspunkt gewesen. Als Großstadtkind kann ich das noch bestätigen. Liebe Olga, im Keller des Philetischen Museums in Jena stehen Millionen Jahre Evolution in den Regalen. Sie warten vergeblich auf ihre Auswertung. Dafür fehlen die Wissenschaftler. Aber zum Glück gibt es Künstler, die sich für sie interessieren. Mein neuer Freund Robert, ein großartiger Lichtkünstler, hat einige dieser Knochen wieder zum Leben erweckt. Es ist jammerschade, dass unsere Erinnerungen und Geschichten jenseits der bunten Welt an stillen Ecken aufbewahrt werden. In Bibliotheken, Museen, Universitäten. Ach, wenn ich das Sagen hätte, würde ich überhaupt Kunstateliers, Universitäten und Museen zusammenlegen. Damit die Studierenden nicht in klinisch sauberen Auditorien, sondern mit Hilfe der modernen Kunst in Museumsälen die Weisheit erhaschen. Auf diese Weise würde jedes Studium zu einem Abenteuer und die Kunst noch größere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen. In Jena gibt es dann noch ein Wiedersehen mit Micha und seinen Jungs von In Extremo und mit seiner Anhängerschar. Wie verliebt man sich in einer Band? Ich habe sie durch ihn kennengelernt und wie ich sie dann das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, vorbei. Sofort verliebt. Ich bin gespannt auf den heutigen Abend. Ja, auch. Wir blöden nicht, wir glauben, wir beten nicht, wir glauben. Wir blöden nicht, wir glauben, wir blöden wie ein Gotteskind, das Segel schwarz und hart abbringt. Ich sehe, über 13. Michael, es war eine sehr überzeugende Begegnung. Spasiba. Ja, sehr stark. Viel Erfolg, Harfe. Lieber Olga, Thüringen, was für ein Erlebnis. Es war eine Reise in vergangene Zeiten, fantastische Welten und Kulturen, die man hier in der Mitte Deutschlands nicht vermuten würde. Die Künstler, die ich getroffen habe, sind sich der Geschichte ihrer Heimat bewusst, jedoch ohne gestrich zu sein. Im Hier und Jetzt haben sie ihre Region neu definiert. Es pulsiert im Herzen Deutschlands. Bis bald, dein Wladimir. Bis bald, dein Wladimir. Bis bald. Bis bald.